Ich möchte jetzt zeigen, wie man eine Nummerierung der Seiten vornehmen kann, ohne dass die Seitenanzahl auf der Titelseite angezeigt wird. Ich habe jetzt hier mal einen Text und als erstes muss ich mir mal eine Titelseite anlegen. Dazu gehe ich jetzt hierher und überlege mir, okay, ich könnte das hier als Inhalt einer Titelseite verwenden. Ich mache jetzt hier einen manuellen Umbruch, Einfügen manueller Umbruch, Seitenumbruch. Ich beschließe also, dass dieser Bereich hier jetzt noch meine Titelseite wird. Und hier fängt dann der eigentliche Text an. Um das zu machen, arbeite ich mit Formatvorlagen. Ich klicke jetzt hier mit der linken Maustaste drauf. Man sieht, dass hier Standard, also eine Absatzvorlage da ist, eine Zeichenvorlage. Man sieht immer den Hilfstext, hier Rahmenvorlagen und hier Seitenvorlagen. Hier wähle ich mir Seitenvorlagen aus und sehe dann hier, dass der Standort eingeblendet ist. Wenn ich jetzt hier eingehe, Standort angezeigt und hier. Ich gehe jetzt hier mit dem Cursor rein, auf diese Seite, auf die ich als Titelseite haben möchte. Und mache jetzt hier einen Doppelklick auf erste Seite. Dann habe ich diese Seite hier jetzt als erste Seite festgelegt. Wenn ich jetzt hier herein klicke, habe ich hier den Standort festgelegt. Das bedeutet, wenn ich jetzt hierher gehe, auf diese Seite möchte ich ja dann, dass meine Seitenummerungen angezeigt werden. Dann gehe ich auf Einfügen, Kopfzeile, Standard, nicht erste Seite, sondern Standard. Ich bin jetzt hier herinnen und will jetzt dann über Einfügen, Feldbefehl, Seitennummer. Man sieht dann, dass hier diese Zählung bei 2 beginnt. Der 1 wird hier nicht angezeigt. Formatieren wir das jetzt zum Beispiel rechtsbündig. Man sieht dann hier, dass der 2 ist und hier nichts. Wenn ich jetzt hier reingehen würde, und bei der Seitenformatvorlage hier Standard eingeben würde, dann sehe ich, dass hier der 1 eingeblendet werden würde. Wenn ich hier wieder auf erste Seite gehe, verschwindet er und der 2 wird angeblendet. Und somit kann ich dann einstellen, dass bei den Seiten, die ich hier habe, mit Hilfe der Formatvorlagen, genauer gesagt der Seitenvorlagen, dass auf der ersten Seite nichts eingeblendet wird.